Hallo zusammen, ich stelle euch heute den Excellence Brut Rosé von dem Schaumbein-Produzenten Bouvet vor. Der Schaumbein kommt aus dem Loartal, dort herrschen ganz unterschiedliche klimatische Verhältnisse entlang des Flusses. Das macht auch den Schaumbein sehr, sehr spannend. Der Schaumbein besteht zu 100% aus der Rebsorte Cabernet Sauvignon. In der Nase hat er wirklich sehr schöne rote Beerenaromen, einen Hauch von Zitrus noch und ein bisschen Brioche. Und ich würde den empfehlen einfach als perfekten Aperitif.